Die Textilbranche ist eine der schmutzigsten der Welt und dafür wollen wir einfach Alternativen schaffen. Also Lovico ist ein Laden für ökologisch und fair produzierte Bekleidung und wir haben ein komplettes veganes Sortiment. Das heißt, wir verzichten komplett auf tierische Produkte und fair und ökologisch bedeutet natürlich, dass wir eben keine Kinderarbeit dulden, dass wir faire Arbeitslöhne für die Leute, die unsere Kleidung produzieren wollen. Und ökologisch bedeutet, dass eben Biobaumwolle eingesetzt wird, keine chemischen Substanzen in die Verarbeitung eingearbeitet werden und dass am Ende niemand darunter leiden muss. Prolage denn passt total gut zu uns, weil ihr euch für nachhaltige Energieerzeugung einsetzt. Aber darüber hinaus, was mir natürlich besonders gefällt und was sehr gut zu unserem Konzept passt, dass es auch komplett vegan ist. Man merkt einfach immer wieder, wenn wir zusammenarbeiten, dass ihr einfach ein ähnliches Konzept fahrt.